Das ist Jörg. Jörg ist einer von 3.700 Mitarbeitern der KJF. KJF heißt Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg. Zusammen fördern sie das Wohl von Kindern, Jugendlichen und Familien. Und damit Jörg und seine vielen Kollegen gut ausgebildet sind, hat die KJF sogar eine eigene Akademie. In so einer Akademie finden viele Praxisseminare mit kompetenten Referenten statt. Hier wird Jörg nicht nur gefördert und weitergebildet, sondern auch motiviert und das gesamte Team gestärkt. Und damit Jörg auch weiß, womit Kinder und Jugendliche heutzutage zu kämpfen haben, entwickelt die KJF Akademie stetig neue Workshops für ihre Mitarbeiter. Besonders fördern ihn die Seminare Facebook und soziale Medien, suchtbelastete Familien und ein Koffer voller Handwerkszeug. Und weil die KJF Wert auf eine gute Ausbildung all ihrer Mitarbeiter legt, gibt es Kurse auch für zum Beispiel Pflegepersonal und Meister, sowie für Leitung und Sekretariat. Manche sind sogar kostenlos. Über das aktuelle Angebot informiert sich Jörg im Programmheft oder unter www.kjf-akademie.de.